Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Update heute an diesem Dienstag. Ich bin wieder aus Paris zurück. Mittlerweile könnt ihr gerne mal bei mir auf YouTube schauen, da ist auch der Paris-Vlog. Könnt ihr euch anschauen, was ich so getrieben habe. Kleiner Spoiler, eigentlich habe ich nur gegessen und war auf der Show von meiner Freundin. Aber wie gesagt, das soll nicht das Thema sein. Heute geht es wieder um einige Updates, die wir im Thema Krypto haben, beziehungsweise auch Airdrops und vor allem Kosmos. Das erste, woran ich euch wieder erinnern will, ist, geht hin und klebt wieder eure kostenlosen Optimism, die ihr bekommt, wenn ihr eben Mode staked. Also ich stake ein Mode und ich bekomme dann praktisch jede Woche so um die 0,4, 0,5 Optimism Tokens. Ist super praktisch, einfach dafür, wenn ich mal auf Optimism irgendwas bridgen will, irgendwas bezahlen muss an Gasfees, habe ich immer genug Gasfees, um hier auf Mode keine Probleme zu haben. Ja klar, ich weiß nicht, ich glaube meistens kann man Optimism gar nicht nutzen als Gasfees, aber man kann es dann eben einfach immer in Ethereum swappen und hat so genug Gasfees. Also ist das einfach eine tolle Sache, die ich gerne einfach so mitnehme. Dann könnt ihr bei Etherfy über den Link, den ich euch mal in die Beschreibung packe, auswählen, ob ihr euren zweiten Etherfy Airdrop auf Arbitrum oder auf Ethereum Manet haben wollt. Im Endeffekt ist es egal, wo ihr das haben wollt, ihr könnt mit niedrigen Gasfees auch auf Ethereum den Airdrop gut mitnehmen, aber auf Arbitrum wird es auf jeden Fall günstiger sein. Und jeder von euch da draußen, der sowieso Arbitrum nutzt, ist wahrscheinlich eine super Alternative, den Airdrop hier zu bekommen, um einfach den Gewinn zu maximieren und da Gasfees zu sparen. Dann geht es weiter mit Blast. Blast habe ich nicht wirklich gefarmt und am Ende vom Tag hat sich aktuell herausgestellt, dass es gar nicht so schlecht war, denn die wollen mit knapp 100 Milliarden Tokens launchen, woraufhin der Preis natürlich auch radikal gefallen ist. Von knapp 4 Dollar, jetzt auf 3 Cent. Warum ist das Ganze passiert? Naja, rechne das mal hoch. 3 Cent, wenn dann immer noch eine Valuation von knapp 3 Milliarden Dollar. Und am Ende vom Tag geht es nicht darum, wie viel ein Coin-Wert ist, wie viele Coins im Umlauf sind, sondern am Ende vom Tag ist es nur wichtig, was denn die Gesamtbewertung sagt. Und aktuell sagen die Leute, hey, eine Gesamtbewertung von 3 Milliarden ist bei Blast aktuell am wahrscheinlichsten. Dementsprechend ist halt der Coin runtergegangen von 4 Dollar auf eben 3 Cent, weil bei 4 Dollar hätten wir eine Valuation von knapp 400 Milliarden Dollar. Das ist, wenn wir das Ganze mal anschauen, naja, ungefähr so groß wie Ethereum und ob das jemand bei Launch schaffen sollte, vor allem Blast. Naja gut, ihr wisst alle, was die Meinung dazu im Allgemeinen ist. Dementsprechend haben wir auch diesen Abverkauf gesehen. Nur als Information, warum ist Blast so nach unten gegangen? Einfach wegen der höheren maximalen Supply, was aber natürlich auch für euch bedeutet, die werden einfach wahrscheinlich mehr Tokens rausgeben. Das heißt, wahrscheinlich kriegst du dann halt keine 1.000 Tokens, sondern vielleicht 10.000 Tokens. Aber die werden wahrscheinlich gleich viel wert sein. Natürlich ist es für den allgemeinen Markt immer cooler, wenn der Coin bei über einem Dollar trade, damit man einfach den schön in der Rechenform hat, wo es jeder kennt, wie wenn er einkaufen geht. Und wenn es dann hinten irgendwie in die Kommastellen reingeht, dann wird es mal wieder schwierig. Und dann hat es eher diesen Meme-Coin-Charakter und wird wahrscheinlich auch so behandelt. Das heißt, weiß jetzt nicht, ob das die beste Möglichkeit war, hier Blast mit 100 Milliarden zu launchen. Ich denke, die beste Supply ist und bleibt zu 100 Millionen bis eine maximal 10 Milliarden, wobei ich 10 Milliarden auch schon extrem viel finde. Dann eine sehr, sehr tolle Nachricht bei Cosmos. Wir gehen jetzt erstmal wieder auf die ganzen Cosmos-Projekte ein. Sie planen ICS permissionless zu machen, was dann für uns bedeutet, jeder kann ohne eine Governance-Proposal direkt als Cosmos-Chain launchen und dann eben das Valiatoren-Set von Cosmos Hub an sich nutzen. So spart man sich die Valiatoren-Findung, die Valiatoren-Aufsetzung und auch weitere Kosten und kann so von Cosmos-Valiatoren mitvalidiert werden. Das ist natürlich noch nicht durch. Es dauert auch noch, bis das Ganze live gehen wird. Trotzdem denke ich, dass eine super Alternative ist und das umgesetzt werden sollte, damit einfach Cosmos wieder mehr Traction bekommt, hier ein bisschen mehr Aufschwung kommt. Ja, also Cosmos an sich, der Coin, fällt ja auch aktuell wieder ab. Allgemein haben wir ja gerade, wenn wir den Markt anschauen, relativ viel Rot. Es kam nochmal mit dem Mt. Gox rüber, dann, naja, Bitcoin jetzt wieder bei 60.000. Sind eigentlich immer noch stabile Preise, trotzdem ist alles relativ negativ und vor allem auch die Altcoins werden da ordentlich abgestraft. Hier bei 5,50 Dollar, ist sogar relativ hoch gegangen, sehe ich gerade. Polygon bei knapp 60 Cent und wo finden wir Cosmos hier bei knapp 37 mit 7 Dollar. Wurde abgestraft, muss man einfach so sagen und wenn da Änderungen kommen, ist das eigentlich nur eine positive Sache. Dann 42, will ich mal erwähnt haben. Ich benutze ja Pulsar Finance aktuell zum Portfolio tracken. Die sind aber mittlerweile pleite, glaube ich, und sollen gekauft werden. Ich weiß gar nicht, wie lange die Dienste noch funktionieren. Wenn die aber nicht mehr funktionieren sollten, dann kann man vielleicht hier umsteigen auf 42. Warum will ich das unbedingt zeigen? Erstens habt ihr hier einen Portfolio Tracker, aber das ganz Interessante ist dieses Airdrop-Farm. Airdrop-Farm können wir hier hingehen und dann sagen sie dir, hey, Celestia, Stake 35 Celestia, Injective, Stake 20 Injective. Vielleicht hat das Team einfach ein paar mehr Insights, weiß bei den Projekten, hey, so viel sollte man staken. Das heißt, diese Zahlen würde ich aktuell als so gegeben nehmen für Airdrops. Das heißt, solltest du 50 Atom gestaked haben oder auch hier 20 Injective oder auch bei Celestia 35 Tier, dann solltest du wahrscheinlich Airdrops erhalten. Wo können wir nochmal gucken? Hier in der Mention 150, Osmosis sind wir bei 400, Gujira sind wir bei 150, Stars sind wir bei 10.000 und bei Badkit, naja, da brauchst du wahrscheinlich einen und dann passt das Ganze. Das heißt, hier vor D2, guckt es euch mal an, als ich gerade eben versucht habe, mein Wallet zu connecten, ist die Website abgestürzt. Das heißt, das ist alles noch sehr, sehr frisch und einfach mal rumexperimentieren. Als ich dann aber die Browser-Cookies gelöscht habe, hat das Ganze wieder funktioniert. Und dann kommen wir wieder zum nächsten Thema in Korsos und das ist ein Meme-Market. Hier ist ein Meme-Market auf Stars gelauncht, also auf Stargaze mit dem Projekt Gelato zusammen. Gelato war letztens im Bullenmarkt mal ein Airdrop, was so ein bisschen Casino gemacht hat. Ich glaube, das ist nie so richtig durchgestartet. Und hier haben wir jetzt die Option, einfach so Meme-Coins zu kaufen. Ihr seht schon, die Market Caps sind extrem klein. Hier, KingShit hat 6200 Dollar Market Cap, also 6200 Dollar ist überhaupt nicht viel. Hier 6000 Market Cap, 4400 Market Cap, also alles sehr, sehr kleine Projekte. Und ich bin mir sicher, dass irgendein Projekt davon irgendwann richtig runnen wird. Vielleicht gehe ich mal hin, schmeiß hier mal 400 Dollar rein, 500 Dollar rein, schau was daraus wird. Trotzdem solltest du da draußen genau wissen, alle Coins, die du hier reinsteckst, alles Geld, was hier reinsteckt, wird zu 100% oder wahrscheinlich am wahrscheinlichsten einfach auf Null gehen. Und du wirst dein ganzes Geld hier verlieren. Trotzdem schaut es euch mal gerne an, wenn ihr so ein Shitcoiner seid, wenn ihr so ein Meme-Coiner seid. Ich meine, es kann nicht schaden. Und irgendwann wird es auch eben eine Meme-Coin-Rally in Kosmos geben, bin ich mir fast sicher. Und dann ist es vielleicht ganz interessant, hier bei ein paar Projekten dabei zu sein. Ich glaube, die interessantesten sind einfach die größten. Das heißt KingShit und Blab, da können wir gerne mal schauen, was da die nächsten Monate, Wochen passieren wird. Und dann nochmal so ein allgemeines Thema. Ich habe gerade eben schon mal angeschnitten. Die Kryptomärkte sehen an sich nicht so toll aus. Müssen wir einfach mal sagen, es wird langsam wieder langweilig. Es wird zäh wie ein Kaugummi. Und auch an sich fehlen einfach so die spannenden News. Ich merke es ja auch, wenn ich auf YouTube schaue. Es gibt einfach weniger Content. Die Leute haben weniger zum Berichten. Und die Leute, die eben immer noch viel posten, da ist einfach auch viel Müll dabei. Deswegen habt ihr auch selber mir gemerkt, ich poste aktuell weniger Videos, weil es einfach für mich nicht so viel Sinn macht, einfach auf Projekte zu gehen. AirDrops zu gehen, die für mich eher so uninteressant sind oder auch wahrscheinlich nicht viel rauskommen wird. Klar, viele Projekte, die ich jetzt vorgestellt habe die letzten Wochen, waren auch nicht so profitabel. Trotzdem hatten die an sich einen guten Narrativ und hätten einfach eine gute Möglichkeit gehabt, gut zu launchen, wenn der Markt nicht auch so abgestürzt wäre. Ja, dementsprechend, naja, kommt eben aktuell ein bisschen weniger. Ich versuche euch trotzdem dann eher so normale Updates zu geben. Ein bisschen weniger vor diesem, ja, Moon-Boy-Gelaber. Ich meine, das wisst ihr ja sowieso, dass ich das nicht tue. Und dann schauen wir einfach mal, was die nächsten Wochen passiert. Schaut einfach, dass ihr vielleicht euer Portfolio ein bisschen auf die Reihe bekommt, dass ihr da ein bisschen Struktur reinbringt. Ein paar Coins aussortiert, die einfach für euch nicht mehr den Narrativ erfüllen, auch nicht diesen Bullenmarkt mehr erfüllen. Und da einfach die schöne Struktur vorzubereiten, dann wenn es wieder losgeht. Weil ich kann uns eins versprechen, eins verspreche ich euch, irgendwann wird es wieder losgehen. Das sollen die Worte sein für dieses heutige Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, du magst auch meine ehrliche Art hier in Krypto. Dann würde ich mich sehr über ein Like und auch ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Macht's gut, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.